Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1954 Azkaban. Ja, hier sind wir ja hängen geblieben. Nicht hängen geblieben, aber sind wir ja hingegangen. Und ja, hier haben wir Bernadette. Äh, kunstvoller Klapp. Ein konservativer Schinken nach dem anderen. Brech doch mal aus, Leute. Ja. Kunst. Du da. Raus mit dir. Hä? Achso. Äh. Nichts wirklich Aufregendes. Die großen Werke verkaufen sich offenbar nicht so gut. In dieser Stadt hat auch kaum jemand Wände, die breit genug wären. Ja, das stimmt wohl. Äh, was haben wir denn da? Bernadette, da haben wir den. Dieser Müll hat in einer Ausstellung nichts verloren. Ah, das sagst du. Die sind keinen Cent wert. Ja, das sagst du. Wo andere sagen, das ist, ja. Leiter. Was sonst noch was hier? Äh, da, 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 da. Da reden wir mal mit ihm. Eine Bebop-Brille. Ein teurer Haarschnitt. Saubere Haut. Gut genährt. Glänzender neuer Gürtel. Ja, der hat Kohle. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Äh, selten so viel talent... Selten so viele talentierte Künstler gesehen. Wird ein ganz großes Ding. Kein Zweifel. Und wir stehen mitten im Epizentrum. North Beach ist so ein aufregender Stadtteil. Teures Hemd. Sieht aus wie ein Schreibtisch, Hengst. Vielleicht ein Ex-Investment-Banker. Oder ein arbeitsloser Anwalt. Ja, dann wie sowas. Es wird Zeit, dass wir New York endlich zeigen, wie der Hase läuft. Richtig? Verdammt richtig. Ha. Jetzt hab ich dich. Er hat bestimmt Familie an der Ostküste. Irgendjemand, dem er was beweisen will. Ja, und los geht's. Diese Ostküsten-Ärsche können uns mal. Verdammt richtig. Kann er nur das eine, oder was? Meine Freundin hier ist eine echt heiße Künstlerin. Kommt direkt aus San Francisco. Fährt Motorrad. Sehr leidenschaftlich. Wird sie meine Galerie verwüsten? Nein, nein. Ich meine damit, sie hat ein sehr leidenschaftliches Verhältnis zur Kunst. Sie hat allem abgeschworen. Liebe, Familie, alles nur für die Kunst. Aha. Und da ist sie auch schon. Darf ich vorstellen? Bernadette. Bernadette? Hallo. Wir kennen uns schon. Sie haben... Oh, Entschuldigung. Du hast ein paar Gemälde dagelassen. Ich werde nicht anfangen, abstrakt zu malen. Nicht wegen ein paar Männern. Muss auch nicht, würde ich sagen. Meine Freundin hier wird sie reich machen. Eine ganz heiße Entdeckung. Die Sammler werden sie lieben. Hm. Keine Reaktion. Geld ist ihm wohl egal. Ja. Vergiss diese abstrakten Expressionisten. Was haben die schon zu sagen? Werden ja ohnehin von der CIA bezahlt. Wie bitte? Nein, wirklich. Sie wollen, dass Amerika wild und frei und ungestüm erscheint im Vergleich zu den Russen. Aber wir sind wirklich frei. Im Gegensatz zu New York. Wird überhaupt jemand eine Ausstellung lokaler Künstler wahrnehmen? Aber wenn man nichts ausstellt, dann nicht. Bernadette kennt alle Autoren und Poeten. Alle? Ja, die meisten schreiben sogar über sie. Das ist genau das Publikum, das sie suchen. Die Beatnik-Szene ist bereit für den großen Knall. Zur Vernissage holen wir sie alle her. Die ganz großen Künstler. Es wird gelesen, diskutiert. Ich habe Freunde bei der Presse. Die werden darüber schreiben. Seite 1, gleich am nächsten Tag. Wie sieht's aus? Bekommt sie die Zusage? Gut, gut, in Ordnung. Ich hol deine Bilder nach vorn. Es ist also abgemacht? Sie wird ausgestellt? Selbstverständlich. Ja, vielmehr ist er auch noch nicht da. Oh, macht er sofort oder was? Hey, das ist mein Schlüssel. Er klebt am Bild. Ja, nicht berühren. Ich nehme nur den Schlüssel. Er gehört mir. Gefällt mir gleich besser. So, im Licht. Ja, siehste. Meine Güte. Er stellt sich wieder an, ey. Okay, jetzt können wir nehmen meine Händen. Das als das hatten wir. Gucken wir nochmal nach Bernadette. Sie hat einen feinen Geschmack. Ich hasse es, meine Zukunft in die Hände eines Mannes zu legen. Mann, der soll dich reich machen. Ich hasse es, meine Zukunft in die Hände eines Mannes zu legen. Also gut. Ja, dann tschüss. Das sagt sie zum Abschluss. Statt dankbar zu sagen. Verdammt! Du redest zu viel. Fragst alle nach einem Schlüssel. Naja, selbst schuld. Jetzt gehört er mir. Gib mir den Schlüssel. Oder du und deine Freunde sterben. Wir filzen dich so lange, bis wir es gefunden haben. Ja, sonst... Ach doch. Äh. Da. Warte, da. Schläger. Ähm, ja. Erstmal mit dem oder mit ihm? Ne, wir reden mal mit ihm. Micky sieht verzweifelt aus. Er wird mich jeden Moment umlegen. Und dann? Mickys Leibwächter sieht sauer aus. Das soll er doch. Gib mir den Schlüssel. Immer mit der Ruhe, Micky. Gib mir den Schlüssel. Immer mit der Ruhe, Micky. Okay. Mach dich mal locker. Läuft doch alles. Du sollst mit ihm sprechen. Ey, der will aber nicht. Gib mir den Schlüssel. Immer mit der Ruhe, Micky. Haben wir da irgendwie einen anderen Schlüssel? Äh, ja. Keine Chance. Muss ich ihn als Spezialschlüssel verkaufen? Denn nicht, ey. V-Schlüssel? Nehmen wir den. Weil den hatten wir... Hier hast du den verdammten Schlüssel. Ist wahrscheinlich eh nur für eins von Joes Liebesnestern. Zur Hölle mit ihm. Okay. Und kein Wort darüber an niemanden. Finde die Tür zum Schlüssel. Hm. Was? Ich hab alles unter Kontrolle. Ich hab dich im Auge. Du wirst mich schon noch hinführen. Geh schon. Siehst du, alles unter Kontrolle. Wer ist das der Boss? Micky oder der andere? Kommt das so vor, als wenn der andere da... So, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir hier weg. Äh, ja. Was haben wir denn auch so schön als jetzt hier? Ähm. Der B-Schlüssel. Der süßeste Schlüssel. Okay. Irgendein Schloss wartet auf diesen Schlüssel. Wo hatten wir denn ein Schloss? Hm. Haben wir hier mit dem Schloss? Nee, bei dem haben wir kein Schloss. Das ist unser Haus. Hm. Können wir jetzt ins Büro? Eigentlich? Wenn der jetzt auch weg ist? Oh, der ist ja immer noch da. Ach, er ist jetzt hier. Wieder. Okay. Warum dachtest du, du müsstest mir den Schlüssel mit Gewalt abnehmen? Ich war eh gerade auf dem Weg, ihn dir zu bringen. Süße Lügen aus einem süßen Mund. Ich kann auch nichts dagegen tun, dass ich etwas für dich empfinde. Ich möchte dich ja mit offenen Armen willkommen heißen. Aber warum sollte ich dir trauen? Können wir das nicht irgendwo besprechen, wo wir ungestört sind? Na gut. Lass uns in mein Büro gehen. Dort können wir ungestört reden. Ja, hier sind auch so viele im Lokal. Meine Güte, ey. Ich weiß, ich bin furchtbar gewesen. Aber lass es mich wieder gut machen, okay? Joe hat seine Chancen verspielt, als er mich angelogen hat. Und ich habe schon lange einen Blick auf dich geworfen. Hm. Teilweise kaufe ich dir das ab. Mhm. Die Nixe und ihre Mädchen wollen auf Tour gehen. Hast du irgendwie Einfluss auf Detektiv? Mhm. Lügen? Dieser Schlüssel, den du abgenommen hast, es fehlen noch drei. Die Nixe und ihre Mädchen wollen auf Tour gehen. Warum lässt du sie nicht einfach? Ha! Ich habe sie unter Vertrag. Sie macht, was ich sage. Ist ja schon gut. Hast du irgendwie Einfluss auf Detective Grassy? Lass ihn nur rumschnüffeln. Der Kerl findet doch nicht mal seine Nase, wenn die Sonne scheint. Ah, okay. Da bin ich mir nicht so sicher sein, aber egal. Dieser Schlüssel, den du mir abgenommen hast, Es fehlen noch drei. Es gibt vier Schlüssel für vier Türen. Dahinter liegt die Beute. Und du hast nur einen. Vier? Ich kriege sie zusammen, aber das dauert ein paar Wochen. In Ordnung. Ich gebe dir noch etwas Zeit. Schau, was du noch rausfinden kannst. Okay. Danke. Wir haben ja... Die Nixe und ihre Mädchen wollen auf Tour gehen. Warum lässt du sie nicht einfach? Ha! Ich habe sie unter... Ja, ist ja gut. Das war's erst mal. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hand drauf. Äh, was? Bleib weg von mir? Gott verdammt! Ich meine es ernst. Deine Hände sind schmutzig. Hey, was hat er denn jetzt für Probleme? Hallo? Ich klatsche das hier. Aber was für einige... Pillen. Naja, natürlich. Du bist ja aber hier auch nicht der Beste, oder? Sind nicht die Pillen, die die Kreativität anregen. Nur Vitaminpillen und Placebos mit ausgefallenen Namen. Was war denn der? Putz einmal hier, ey. Hüllmittel. Gummihandschuhe. Mickey ist eine reinliche Ratte. Wer hätte das gedacht? Hä? Wenn ich mit Putzen anfange, dann bei mir zu Hause. Okay. Können wir ein paar Pillen mitnehmen? Wenn man eine Grippe klein kriegen will, hilft nur ein guter Schluck Wodka. Okay. Ja, ich weiß nicht. Keine Zeit für diesen akademischen Mist. Okay, sehr schön gut. Was zur Hölle? Scheinbar wohnt Mickey in seinem Büro. Wahrscheinlich hat er Angst auf der Straße erschossen zu werden. Nein. Nein? Seit dem Goldrausch gibt es in diesem Schuppen schon mehr Jungfrauen. Okay. Dahinter ist nichts. Sein Safe ist gleich hier. Gleich da? Ein schweres Ding. Okay, ähm... Safe, Mickey, Ablage. Auch Gangster haben Papierkram zu erledigen. Oh Mann, er hat echt kein Händchen für Sportwetten. Und noch weniger für Kredite. Nein. Nee, schade. Sie kommt. Er hat sich die beste Flasche des Hauses geholt. Er weiß, dass seine Zeit bald um ist. Das kommt ja auch. Ich würde ihn ja gerne trinken, aber... ...manchmal schüttet Mickey den Backgroundsängerin was in den Drink. Okay. Warten wir noch an was. Papiere. Die Steuerbehörde sitzt ihm ganz schön im Nacken. Vielleicht bekommt Mickey ja Joes alte Zelle. Ja, wahrscheinlich. Nein. Okay. Äh, rotes Telefon. Okay. Ich habe Mickey nie damit telefonieren sehen. Das ist ja auch nur, wenn jemand ihn anruft. Ich wette, das ist nicht dazu da, um andere vor seinen Nies-Attacken zu schützen. Mickey denkt immer zuerst an sich selbst. Vielleicht hat er Angst, sich eine Erkältung einzufangen. Ich kriege den Eindruck, dass Mickys Isolation ihn zu einem Chimophoben gemacht hat. Vielleicht bekomme ich so meinen Schlüssel zurück. Mhm. Nee. Danke. Nein. Haben wir irgendwas hier? Nö. Schade. Wir haben hier irgendwie nix. Anteloft. Ich muss diese Schlüssel finden. In einem Monat pustet mir Mickey das Licht aus. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir wieder in den Club. Club, club, club. Dann gehen wir in den Club. Ich bringe dich raus. Oh. Nett von dir. Oh, dann gehen wir in den Schlüssel wieder. Okay. Letztes Mal hat er uns rausgeschmissen. Jetzt ist er ganz brav. Und schau so. Hallo? Der Haus hier? Danke. Okay. Äh. Ja. Sonst wüsste ich jetzt nicht, was wir sonst noch machen können. Können wir irgendwas mit Joe machen? Wir gucken mal. Wir jetzt irgendwas getriggert haben. Hm. Wie nicht? Ich komme hier nur raus, wenn Mason eine Genehmigung vom Gefängnisdirektor bekommt. Ach ja, stimmt. Äh. Mason. Was war ich denn hier? Okay. Äh. Wie machen wir das denn? meisten. Der Direktor hat unterschrieben. Sieht jedenfalls so aus. Aber wie kriegen wir das jetzt da hin? Auf keinen Fall Ich habe nur ein Formular Ich gehe besser vorsichtig damit um Keine Chance Keine Chance Ja, ist auch gut Okay Klappt immer noch nicht Keine Chance Okay Also der muss da irgendwie rüber Aber wie machen wir das am besten jetzt Ach, wo haben wir ja nicht das Tagebuch Wand Safe Kombination Wir können irgendwas knacken Wir brauchen aber auch Stehen hier im Tagebuch irgendwas drinne, was wir noch brauchen für den Kühlschrank da? Hm Die meisten sind zu langweilig, um wirklich was wert zu sein Okay Äh, was ich zu kaufen Heute bin ich mal zum Kaufen hier Wenn du willst, können wir tauschen Ich suche zum Beispiel gerade neue Romane von Evan Camfield Tun wir das nicht alle? Mhm Du kommst zu meiner Party, richtig? Klar Wow, Déjà-vu Ach, Mann Oh Man, ich will dich hin Äh, alte Bibel Oh, was meint denn? Wäre das was für dich? Oh, wow Das ist der fehlende Band Endlich kann ich das komplette Set verkaufen Ich bin gerade knapp bei Kasse Aber du kannst jedes Buch haben, das du willst Abgemacht Ich hätte ganz gerne das Lesungsbuch Äh, was gibt's denn hier für Bücher? Leiter Tasche Hallo? Jedes Buch Äh, ja Ich kann mir Ich kann mir doch noch ein Buch aussuchen, oder? Ich kann mir doch noch ein Buch aussuchen, oder? Klar Ja und? Die meisten sind zu langweilig, um wirklich was wert zu sein Ich kann mir ein Buch aussuchen, aber was ist für eins denn? Ich gibt ja keins Irgendwie Ich glaube nicht, dass sie mich lässt Außerdem sind das nur Peanuts im Vergleich zum eigentlichen Jackpot Eigentlich gar nichts Wir können uns trotzdem noch ein Buch aussuchen Oh Was ist eigentlich mit der Bibel? Unsere alte Familienbibel Ich hätte nie gedacht, dass ich sie eines Tages verkaufen müsste Oh, schönes Leder Und Blattgold Ein schickes Stück Man könnte meinen, du hättest sie dem Prediger aus der Peter & Paul gestohlen Oh Hat der etwa auch so eine? Ich bin gerade knapp bei Kasse Aber du kannst jedes Buch haben, das du willst Abgemacht Ja, das haben wir schon zwei Sachen verkauft hier Äh, ja Kann die das irgendwie wegschicken? Ich wüsste nicht, wie das zusammengehen sollte Ja, wir müssen das auch irgendwie da auf der Insel kriegen, Mensch Das passt einfach nicht zusammen Okay, schade Das passt einfach nicht zusammen Ja, ist ja gut Ähm Jetzt finden wir das immer Das wäre reinste Jazz-Verschwendung Okay Äh, stricke so Ich muss diese Schlüssel finden In einem Monat pustet mir Mickey das Licht aus Ja, ist ja gut Ähm Ja Bin ich da wieder rübergegangen Genau Kleiner Trottel Was haben wir denn hier noch so schönes? Nix Ich komme hier nur raus Wenn Mason eine Genehmigung vom Gefängnisdirektor bekommt Mason Wer war denn nochmal Mason? Aber Hiermit würde ich sagen Verabschiede ich mich Für diese Folge Nächste Folge geht es weiter Womit auch immer Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch Hm, schade Aber naja Ich bin halt nicht gut in irgendwelche Spiele Ich bin eigentlich Ich denke einfach zu Ähm Ja Ja, ist das so schön Ähm Zu Ja Realistisch Zu kompliziert Und ja Damit Wie gesagt Bin ich raus Äh Vielleicht gucke ich nochmal Wie ich weiterkomme oder so Aber ja Das soll jetzt erstmal gewesen sein Bis zum nächsten Mal Bis denn Tschüss